Na, was meinst du, wie gut kommen wir durch mit dem Spiel? Hey, wir sind Profis, ich sage, wir sind hier in sechs Stunden raus. Mhm, mhm. Lädst du mich wieder ein? Mach ich. Zeig sie. Da, was? Bitte, was sagst du? Es ist Starwatch? Ja. Ich habe auch bisher gerade keine Einladung. Ah, jetzt habe ich eine Einladung bekommen. Beitreten. Ja. Wie da mein Steam-Overlay geöffnet hat, sieht krass aus. Das ist so frech. Ich kann die Kamera schon mal wieder ein bisschen mittiger schieben. Machst du Bescheid, wenn du ready bist? Mhm, bei mir lädt noch. Okay. Der ewige Kreis. Jetzt kriege ich bei dir ein Ladesymbol. Ja, perfekt. Ja. Und neues Spiel. Wollen wir es dann so machen, dass du deinen Text vorliest und dich meinen? Ja. Ja. Hey, Vincent. Was ist dein Plan nach diesem? Ich weiß nicht. Ich habe wirklich nicht gedacht. Du hast nicht gedacht? Das muss ja erst für dich, Herr Überthinker. Soll ich anfangen? Ja, mach. Okay. Also, Vincent Moretti, Alter 43. Straftaten, Betrug, Unterschlagung und Mord. Strafmaß, 14 Jahre Haft. Persönlichkeit, rational, diszipliniert, zurückhaltend. Vorgeschichte. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Banksektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Okay. Ich würde sagen, wir sind bereit. Wir sind sowas von bereit. Bitte laden. Und ich sage damit schon mal Hallöchen und Willkommen zu A Way Out mit der lieben Eiskiki. Ähm. Ja. Wir haben unsere Rollen ja schon ausgesucht und gleich geht's auch los und, ähm, ich bin gespannt. Dankeschön für die ganzen Geburtstagsglückwünsche. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich muss aufpassen, dass ich das Spiel nicht so sehr zerrede. Deswegen. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Dafür, dass es so ein bisschen ältere Spiel ist? Hm. Ich, also ich meine, jetzt nicht das Spiel, sondern eher den Tupen, aber... Achso. Du meinst Vincent? Mhm. Auf jeden Fall hübscher als Leo. Ach, Leo hat so einen italienischen Charme, finde ich. Hm. Und ich denke, ihr könnt Kiki wirklich gut hören, ja? So, du siehst schon aus wie so ein Schlägertyp. Hm. Get off the bus. So. Laufen. Ähm. Arsch. Ich bin anscheinend der Neue. Ich glaube, wenn du runterguckst, dann siehst du mich. Ja, glaube ich auch. Lauf du mich hier an dem Zaun vorbei. Ähm. Ja, ich seh' dich. Ja, hi. Ich würde ja winken, aber ich glaub, das kann ich nicht. Ich komm' nicht zu dir leben. Kiki. Hi-oh. Na, frischfleisch, komm mal rein in den Laden. Uh, ich muss aufpassen, dass ich in der Dusche die Seife nicht fallen lasse. Ich wollte grad sagen. Pass auf deine Seife auf. Hey, are you okay? What do you want? Okay, ich bin nie wieder nett zu Insassen. Das sind ja super Voraussetzungen für uns. Ja. What do you say, you know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Really? You serious? Worst mistake of my life, getting my ass chucked in here. The worst mistake. Okay. Quatsch, meinen Typen hier mein ass an. Mhm. Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. I guess you're right, but I'll fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Wöhn dich dann, du bist hier nicht im Urlaub. Cool. Ja, also. Weißt du, was mir richtig gut gefällt? Was denn? Dass wir diesmal sehen, was der andere, also für ein Gespräch führt, was derjenige quasi hört und auch was du auswählst. Das finde ich voll gut. Ja. Das stimmt. So, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich richtig heftig untersucht. Hey, was ist mit dir? Ich habe den besten Tag meiner Leben, Mann. Ich sage dir, der beste Tag ever. Der kommt raus, oder? Warum ist das? Well, ich wurde verletzt, all meine Scheiße wurde verletzt und meine Parole wurde verletzt. Ich würde mich ja ankotzen an deiner Stelle, so nach dem Motto. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum sein bester Tag ist. Ich glaube, er ist der King der Ironie und des Sarkasmus. Wahrscheinlich. Oh, hallo. Ich werde hier geschubst. Kiki, Kiki, Gewalt. Gewalt. Es geht los. Ja, warte, warte, bis ich da bin. Kannst du mit dem Dude quatschen, oder nicht? Nee. Okay, dann wache ich meinen, Mann. Stand still. You're clear. I am clear. Ich werde hier nur... Oh, was? Ich soll mich ausziehen? Ähm, du dich auch? Nö. Okay, dann hat er das zu mir gesagt. Okay, ich mache mich jetzt nackig. Oh mein Gott. Sie holen die Handschuhe raus. Ich weiß es genau. Sieh dich aus, kleine Maus. Mach dich nackig. Oh, ich kann mich hier hinsetzen. Okay. Oh mein Gott, Kiki. Sie kommt mit dem Handschuh. Nein. Nein. Warum geht die Kamera weg? Ist ja langweilig. Mein Gott. Hintern. Don't look at this. Der hat einen schicken Arsch. Ich hatte Angst, er dreht sich jetzt um. Oh. Also, okay. Aber einen netten Hintern hat er. Also, das muss man ihm schon lassen, oder? Egal. Er hat keine Haare auf dem Rücken. Ähm, ähm, ähm. Ich muss mehr lachen, wegen Ninas M-M-Hals. Da war Nudel-Alarm. Nina wird panisch. Sie sieht nudig. Oh, bitte, Leute. Haltet das tief genug. Okay, ja, Entschuldigung. So geht, kann ich nicht. Okay, muss. Okay, also Besucher sind hier, wo ich gern gesehen habe. Oh, du hast recht, im Vergleich mit den anderen hat er schon einen netten... Ich kann nicht anders. Ich muss. Ich seh euch gerade nach. Es funktioniert nicht. Okay. Nina, geh nochmal zurück. Wohin? Zum Tor. Ja, weiter, weiter. Guck nach oben. Rechts. Das ist links, rechts, genau. Weiter. Und das andere rechts. Ich hab zu dir geguckt. Ich dreh Pirorecken für dich. Ich würd mich ja bücken. Ich würd ja klatschen, aber... Ja, klatsch doch mal. Soll ich dir was zuwerfen und du fängst es? Kann ich schneller laufen vielleicht? Kann ich irgendwie... 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 Nee, geht nicht. Aber wenn ich in dem Moment einen Dialog bekomme, wird für mich dein Dialog gestummt. Echt? Come on, get up the stairs. Weil ich hab die Frage vorhin nicht gehört, die der Insasse da gestellt hat. Weil bei mir in dem Moment der Typ um die Ecke kam. Okay, also versuchen wir ein bisschen aufeinander zu warten, wenn wir sehen, derjenige, welchen hat. Mhm. Ja, ich geh ja schon. Ja, mach ruhig. Hab keinen Dialog. Meditation, Mann. Was ist das? Was ist das? Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, geh. Dann zieh ich mich mal an, ne? Langweilig. Der Wurm friert, der Wurm friert. Der Wurm friert. Ich habe die Möglichkeit, meine sehr geräumige Einzimmerwohnung anzuschauen und auszutauschen. Ey! Ich wollte mich aufs Klo setzen, Mann! Ich wurde rumgeschubst. Wolltest du nicht warten, ne? Ich bin doch sensibel. Ich wollte mich doch aufs Klo setzen. Hätte ich mich aufs Klo setzen können, Chad? Ich habe das jetzt bestimmt voll verpasst. Hm. Hm. Ja, bei mir auch so. Zwei? Nein. Hm. 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 Hör auf deinen Freund, oder was hält dich davon ab? Ich mag die Sprüche von meinem Charakter. Hm. 15. So. Also vorhin dieses trockene Saks to be you, das hat nicht gebildet. Ich habe das kleine Das hier. Es sind bestimmt auch das. Ich bin gleich. Das ist ja auch der Trigger. Wer soll das? Ich bin natürlich. Das ist ja auch der Trigger. Das ist ja auch der Trigger. Ich könnte einfach so machen. So, der erste Tag in der Schule? Der erste Tag in dieser Schule. Ich bin zu anderen Schulen. Ich bete, Sie haben. Schauen Sie sich. Wenn Sie eine Frau sehen, lassen Sie mich wissen. Es sieht aus, dass ich die Klowne gefunden habe. Das ist mir. Nur die Klowne sind ja lustig. Well, ich bin. Wie kann ich nicht lachen? Schau mal, ich habe große Klappe. Ist das so, dass deine Sporteinheit hier oben gezählt wird? Ja. Auch interessant, ne? Es wird immer schwieriger, du musst immer mehr tippen. Es ist mir aufgefallen, ich habe 15 geschafft. Und dann habe ich aufgehört. Let's go, wir schaffen auch 15! Ich würde mal einig schaffen, sollte ich sie ganz ehrlich. Okay, ich komme hier nicht vorbei. Wie viel hast du gemacht? 15. Wie viel hast du gemacht? Ich bin mir auf dem Ruf. Ich könnte es einfach 20 machen, ohne zu schweißen. Ja, sicher. Ich würde es gerne sehen. Ich würde es gerne sehen. Ich bin sicher, dass du es würdest. Aber dieser Mann, wenn er mich sieht, dass er es ausfällt, wird sein spirituell. Glaubst du mir. Es geht nicht um ihn zu schweißen. 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 Okay. Es geht nicht um ihn zu schweißen. Ich weiß nicht. Wer hat das gemacht? Der Schweiß in den Schweißen. Wer ist denn das? Oh, ohne zu schwitzen stimmt das nicht. Wir haben hier einen neuen Fisch. Ja, wir haben das. Hast du versucht? Okay, also offensichtlich ist der Knast ziemlich beschissen. Ja, scheint echt so. Alle nicht so begeistert davon. Boah, Frischfleisch! Das glaube ich ihnen sogar. Wie er sich an denen festhält. Wir warten uns grade für wen das hier anstrengender ist. Für den Typen da oder für mich, die hier die ganze Zeit vierenk bleiben muss. Ach komm schon. Kmen, Schein! Ich kann mich halt nicht mal sehen, du musst auf irgendeinem anderen Weg sein. Ja, scheint so. Oder irgendeinem neben dir oder so. So, da hinten gibt's Kloppe. Du musst halt immer schneller tippen, das ist. Ich weiß, ich kenn das. Komm schon. Oh, dang. Du schaffst das, Kiki, ich belieb' in dich. Och Gott, deine Mama. Ja, danke. Das ist eine Trophäe. 20. Oh, wow. Oh, wow. Unmensch wird mit dem Automot zurückgehalten, auch nicht schlecht. Äh, Stimme aufwägen? No. Wie hört der? Erstmal kannst du eh nicht gehen. Ich glaube, Kiki ist mir zu leise. Aber wir können nicht rennen, ne? Wir können nur gehen. Doch, mit L, also mit dem Linkenstick reingedrückt. Au! Wusste ich. Danke. Oh. Oh. Wie geht die Zigarette? Das sieht aus dem Mittelfinger. Das ist die Erweiterung. Das DLC. It's not a bug, it's a feature. Das DLC, das Mittelfinger. Jetzt sieht er richtig aus. Doch nur ne Zigarette? Wieso sollte ich? Ja. Okay, egal welche Antwort. Ich hätte ihm beiden drin. Und ich, das war alles drin. Ich hab' mehr. Ich hab' mehr. Okay, meiner ist aus Pudding gemacht. Aber. Also irgendwo unter meinem ganzen Bauchwabbel ist mit Sicherheit auch Muskel verstanden. Gringuito. Okay. Ich mag seine Sprüche. So 10 schaff' ich doch. Super. Hast du ein Problem, Mann? Ich gucke grade auf zwei davon. So. Ich kann ihm mit richtig vielen Leuten quatschen, das ist richtig wild. Ja, ist da so. Ich hoffe, dass diese fünf bis sechs Stunden die Dialoge mit dir berücksichtigt haben. Glaub nicht. Kiki und Nina sind endlich durch. Also wenn ich ehrlich bin, sieht das ganz falsch aus. Komplett falsch, Kiki. Der ringt da keinen Nacken ein, der macht da Stoßübungen. Hast du gelesen, was? Für mich sieht das aus, als würde er was anderes reinringen wollen. Ich bin, ich bin. 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 nicht. Ich bin. 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 wie überraschendchen. Was mache ich denn jetzt so arschig zu dir? Ich bin. Der hat mir geholfen. Oh mein Gott. Bloß keine Freundschaften im Knast knüpfen. Ich würde dich voll feiern. Ich würde dir eine Rose vor die Füße legen. Ja echt mal, ich möchte gefeiert werden. Ich würde meine Seife für dich verheilen lassen. Ich renge dir dann auch den Nacken ein, Kiki. All right, thanks. Yeah, yeah. Next. So, ich mach meine Kamera mal aus, wenn die Szenen kommen, damit man den Untertitel lesen kann. So, ich weiß, du hast gesagt, wirst du mich von dir fernhalten. Aber ich guck jetzt mit Absicht in deine Richtung. Ja, Bruder schubst mich nicht essen mit dir. Wollen wir uns einfach gemeinsam... Ihr Gehör verbessern oder Gewalt anbetten? Wir kommen mit Absicht. Ja, ich hab Essen für dich, bitte schlag mich nicht. Hier, ich bring's dir sogar in den Zaun. Ich hätt immer ein Snickers in der Tasche, weil dich tut uns bewegt. Ich find den klasse. Oh, warte, warte. Er zwei. Geht das wieder los? Ach, du hast die Küche mit ihm geputzt. Sehr schön. Hm. 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 Hier, ich mach das. Um. Ich werde dich töten! Ich werde dich töten! Komm, closer! Ich werde dich schrauben. Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Woher gehst du? Jetzt habe ich deine Körner. Ich würde meinen Kopf gerne in den Waden fangen. Nimm meinen Nudersieb! Schöne, wer ist denn da so? Wer will erst sterben? Du? Ja, komm! Dier! Ha? Komm, komm! Was sollst du machen? Geh es! Geh es! Nein! Ah! Ich würde schon ein Berge angestossen haben. Das sah zumindest so aus, ja. Oh, der kommt nicht mehr raus. Hm. Ähm. Sorry not sorry? Absolut nicht.